Grüezi, hier mein Ticket. Danke. Hallo, fahren Sie in meine Richtung? Auf geht's. Grüezi, ist das günstig? Danke. Salut, fahren Sie in meine Richtung? Sehr freundlich. Mahlzeit, hier mein Ticket. Danke. Grüezi, bitte sehr. Danke. Hallo, ich benötige noch ein Ticket für die Fahrer. Danke. Hi, fahren Sie in meine Richtung, ihr Freund? Grüezi, mein Ticket. Danke. Moin, das Ticket? Bitteschön. Ciao. Tschüss. Hor Da. Woah. No. Nichts. Das war's, das war's, das war's. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reiseteam fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen? Kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt übernutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Frageboden, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favourite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There is a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our on-board Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone, so you can take advantage of our many exclusive online discounts. Flixbus. There is feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We're always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy travelling with Flixbus. I'll announce the distance. And you're never a fancy flight, it's a great my day when you're running. What's your time right now? Let's show that if you're on the bus. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There is a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard WiFi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone, so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixboss.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with flixboss. Alter, where did you get your driver's license? Let's see what happens. What's going on last for including Matrix-type but... Yeah. There you go. I'm just gonna try this although Iened very calm down now. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum 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 nächsten Mal. Überpünktlich. Das ist ja kaum zu glauben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.